Mit HERMA richtig durchstarten. Zum Beispiel mit einem dualen BWL-Studium mit Fachrichtung Industrie. Um mit unseren drei Geschäftsbereichen erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen, müssen Prozesse und Strukturen ständig optimiert werden. Hierfür werden zum Beispiel Daten erhoben, analysiert und ausgewertet, um mit neuen Lösungen den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb zu sichern. Unsere Bachelor of Arts im Bereich BWL übernehmen genau diese wichtigen Aufgaben und tragen somit wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens bei. Doch wie wird man eigentlich Bachelor of Arts im Bereich BWL? Insgesamt umfasst das duale Studium sechs Semester, also drei Jahre. Im Intervall von rund drei Monaten wechseln unsere dualen Studenten zwischen Hörsaal an der DHBW und abwechslungsreichen Abteilungen wie Einkauf, Verkauf, Personal, Logistik, E-Commerce, Datenverarbeitung, Finanzwesen, Controlling und Marketing. Durch dieses duale System kann das erlernte Wissen unmittelbar im Unternehmen angewandt und gefestigt werden und ermöglicht dadurch einen idealen Start ins Berufsleben. Zusätzlich werden durch interne und externe Seminare wichtige Soft Skills vermittelt, um eine fachübergreifende Sicht auf das Marktgeschehen zu erlangen. Und warum ausgerechnet bei HERMA? Auch als international agierendes Unternehmen führen wir den Grundgedanken eines Familienunternehmens fort. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, weshalb uns Fairness und das persönliche Wohlergehen unserer Mitarbeiter besonders am Herzen liegt. Darum haben all unsere Auszubildenden Anspruch auf eine tarifbezogene Ausbildungsvergütung und 30 Tage Urlaub im Jahr. Mit modernster Einrichtung, umfassenden Sportangeboten, einer tollen Kantine und gemeinsamen Firmenfesten schaffen wir ein attraktives Arbeitsumfeld. Ein Arbeitsumfeld, in dem jeder einzelne Mitarbeiter etwas bewegen und die Karriereleiter nach oben steigen kann. HERMA – Karriere mit Zukunft.